Was geht YouTube und damit ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Leute, wir haben heute mal ein kleines anderes Bild als sonst. Normalerweise haben wir ja immer ein Gameplay im Hintergrund oder was anderes. Aber Leute, heute mal was ganz anderes. Und zwar gibt es ein Season-Event von Call of Duty. Wie wir gratis COD-Points bekommen können oder coole Wallpaper oder auch SCUF-Controller gewinnen können. Oder auch PSN-Guthabenkarten. Da gibt es auf jeden Fall ein paar coole Sachen zu gewinnen. Es gibt auf jeden Fall auch ein paar Sachen, die wir hundertprozentig bekommen können. Also das Ganze ist kein Gewinnspiel. Ich würde es eher als Event betiteln. Vorweg ein großes Dankeschön gehen auf jeden Fall auch an Jan und Valencia, an die Facebook-Gruppe, die mich darauf aufmerksam gemacht hat. Weil ohne die beiden hätte ich das Video hier nicht gemacht. Ich will euch heute nichts verkaufen. Ich will euch einfach nur darauf aufmerksam machen, dass es was zu gewinnen gibt. Oder ihr könnt auch selber, also es ist nicht mal sowas gewinnmöglich. Je mehr Zeit ihr reinsteckt, desto mehr könnt ihr bekommen. Das Ganze ist keine direkte Werbung. Ich bekomme dafür auch gar kein Geld oder so. Wir sehen hier einfach mal im Hintergrund die Facebook-Gruppe von Valencia. Da könnt ihr auf jeden Fall mal auch ein Like da lassen, wenn ihr da Bock drauf habt. Die Facebook-Gruppe von den beiden ist in der Videobeschreibung verlinkt. Leute, wie funktioniert das Ganze? Und zwar, das Ganze ist zum Beginn der Season 4 rausgekommen und gilt bis zum 10.8. Ihr könnt, desto mehr Zeit ihr reinsteckt, desto mehr könnt ihr gewinnen. Fangen wir einfach mal an zu lesen. Und zwar, hey Community, schon am Gewinnspiel und am Mission Briefing von Hashtag Sony teilgenommen. Mit den Missionen gewinnt ihr Playstation Points. Diese könnt ihr für das Gewinnspiel oder für das In-Game-Event oder für In-Game-Gewinne, wie zum Beispiel 11.000 COD-Points verbrauchen. Ich habe mich da mal ein bisschen durchgeklickt und ich meine, es sind 1.800, nicht 11.000. Ja, aber es kann sein, dass ihr an der Stelle recht habt. Leute, wie funktioniert das Ganze? Wir klicken hier einfach mal auf den Link und gucken uns einfach mal zusammen an, was wir gewinnen können. Vorweg, hier ist die ganze Aufgabenübersicht mal ganz klar strukturiert, was wir machen müssen. Einmal mit dem Playstation-Konto anmelden, dann Credits erhalten für die Missionen und einmal Belohnungen und Gewinne abstauben. Mehr Infos bekommen wir hier. Hier müssen wir mal ganz klar strukturieren. Die Sachen hier kann jeder gewinnen, beziehungsweise kann nicht jeder gewinnen. Das sind halt wirklich nur festgelegte Preise, die nur einige gewinnen können. Das ist auch, wie soll ich sagen, das können nur ein paar Leute gewinnen. Zum Beispiel 6x, 12 Monate Playstation Plus, 6 Controller insgesamt, 4 Headsets und die COD-Points. Also die 13.000 und 5.000 COD-Points. Das sind ausgewählte Gewinne, die nicht jeder gewinnen kann. Das Ganze funktioniert so, wir können durch In-Game-Missionen Credits freischalten und durch diese Credits können wir uns lose kaufen. Das wird dann in einen Top geworfen und durch diesen Top werden dann im Laufe der Zeit Leute ausgewählt, die nur diese Sachen hier gewinnen können. Wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt nicht an diesem Gewinnspiel teilnehmen, könnt ihr dennoch ein paar Sachen abstauben. Da gehen wir aber gleich drauf ein. Wie schon erwähnt, wie kann ich Credits verdienen? Durch In-Game-Zocken. Ihr bekommt In-Game-Missionen, die ihr abschließen könnt und dadurch bekommt ihr Credits. Klicken wir uns einfach mal ein bisschen durch. Gehen wir einfach mal auf, warte, wo hatte ich es hier, auf Anmelden. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Ihr müsst euch hier einmal verknüpfen mit eurem Account. Ich werde das Ganze hier mal zensieren, da ich hier nicht möchte, dass meine Daten dargelegt werden. Deswegen, das ist aber auch, glaube ich, verständlich. Genau, anschließend wird euer Call of Duty-Konto mit der COD-Seite verknüpft. Wenn ihr das Ganze noch nicht gemacht habt, könnt ihr das easy über einen Klick machen, über den PSN, über den PSN, über den PSN-Button da unten. Dann wird das automatisch verknüpft. Dann müsst ihr euren Namen und Nachnamen angeben, aber Leute, das ist alles safe, keine Sorge. Ihr bekommt auf jeden Fall keine Waschmaschine nach Hause geschickt, ja. Folgendes. Wie können wir Credits verdienen? Wie eben schon erwähnt, wir müssen In-Game-Missionen erfüllen. Das sind einmal die hier. Das Ganze gilt auch für Warzone und Cold War. Ihr könnt euch das ja mal gerne selber angucken, was ihr dafür erfüllen müsst. Ihr könnt auch immer so ein bisschen durchklicken. Und mal angenommen, wir wollen jetzt einfach mal hier, warte, scrollen wir einfach mal nach unten. 30 Siege in 36 Stunden, das ist auf jeden Fall machbar. Dann klicken wir hier drauf, nehmen das Ganze an und dann haben wir 36 Stunden Zeit, die 30 Siege abzuschließen. Anschließend, wenn wir die Mission erfüllt haben, bekommen wir hier 500 Points für den PSN-Store. Nehmen wir jetzt mal an, wir haben 500 PSN-Store-Coins. Also hier die Credits, die werden dann hier angezeigt. Dann hätten wir hier eine 500. Anschließend gehen wir dann auf Credits ausgeben und dann haben wir hier eine richtig geile Sache. Wir können jetzt mit diesen Credits oder Points, wie man es nennen mag, diese Sachen hier uns auswählen. Also wir können direkt die Dinge ausgeben, wenn wir die erfüllt haben. Aber wir sehen schon 1100 COD-Points, die können wir safe erhalten, ja. Beim anderen müssen wir ja das mit dem Lostopf machen. Dort ist die Chance natürlich gering, dass wir es bekommen, ja. Hier können wir auf jeden Fall sparen und uns dann definitiv die 1100 COD-Points abgreifen, ja. Ich weiß jetzt nicht, um ehrlich zu sein, ob das Ganze einmalig ist oder mehrmals. Für die Leute, die es beauspultiert haben, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass man vielleicht die Tokens mehrmals kaufen kann und das hier nur einmalig oder vielleicht auch jedes Mal, ja. Oder auch ob neue Missionen dazukommen. Anschließend haben wir dann noch ein paar Wallpapers für, ja, für den Hintergrund, für den PSN-Store. Finde ich persönlich jetzt nicht so specialmäßig, ja. Für ich interessiere mich auch nur für diese Sachen. Und unabhängig von den Credits ausgeben, können wir die Credits auch sparen und um am Gewinnspiel teilzunehmen, ja. Da kann man sich halt für jeweils 2000 COD-Points immer ein Ticket kaufen. Und mit dem einen Ticket könnt ihr dann hiervon immer was gewinnen, ne. Ende des Gewinnspiels ist der 10.08.2021. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Kann auf jeden Fall jeder für sich selber entscheiden, wie er es machen will. Ich denke mal auch, ich werde mir vielleicht drei, vier Tokens kaufen. Und für den Rest werde ich dann auf jeden Fall mir die, ja, COD-Points kaufen, ne. Dass ich da auch mal was von habe, weil Gewinnspiel verliere ich immer, ja. Ihr habt ja noch abgebildet, wie das Ganze aussieht. Also was ihr schon eingelöst habt, was nicht. Ich hoffe mal, dass man das mehrmals einlösen kann. Aber Leute, das weiß ich auf jeden Fall nicht, ne. Vielleicht werden auch auf jeden Fall die COD-Points, äh, also beziehungsweise die Missionen erwähnt. Also immer erneuert, ne. Genau, Leute. Was mir auch ganz wichtig ist, ich möchte euch hiermit nicht irgendwie was verkaufen. Oder euch irgendwie dazu drängen, das da mitzumachen. Das ist auf jeden Fall freiwillig. Ich werde auf jeden Fall im Stream das ein oder andere Mal zocken. Es ist halt so, Leute, ich zocke ja so oder so im Stream. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache, mit dem Credits zu verdienen. Ihr habt hier ganz viele COD-Missionen. Wenn da jemand Bock hat, kann das ja jemand nachrechnen, wie viel, ähm, PSN-Coins man insgesamt bekommt. Aber Leute, es ist auf jeden Fall eine geile Sache, ne. Das sind jetzt auch nicht die schwersten Missionen und ihr zockt halt sowieso. Es ist vielleicht, dauert auf jeden Fall ein, zwei, drei Minuten, das Ganze zu verknüpfen mit eurem COD-Konto. Ist aber jetzt auch keine Meisterleistung, ne. Ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Und genau, Leute, an der Stelle auf jeden Fall noch mal ein ganz großes Dankeschön an Valencia und Jan, die mich auch darauf aufmerksam gemacht haben. Teilt das Video gerne, lasst mir ein Like und ein Abo da, wenn ihr da Bock drauf habt. Checkt auf jeden Fall die Facebook-Gruppe ab. Und genau, Leute, an der Stelle den Twitch-Link, wo ich immer am Livestream bin, um die ganzen Missionen freizuschalten, ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Und genau, Leute, an der Stelle bin ich raus. Haut rein. Viel Spaß beim Event. Und an der Stelle bin ich raus. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.